Für die Engländer weichen Paki, für die Pakistanis weichen Inder und für die Inder weichen Moslem. Das hier ist ein genauso guter Platz, nicht hinzupassen wie andere. Habt ihr euch die ganze Zeit zugegift, während ich da drin war? Möglicherweise. Warum bist du hier bei uns gelandet? Mein Vater und ich hatten verschiedene Ansichten. Er wollte mich verheiraten mit meiner Cousine. Sie ist nicht wirklich meine Cousine, mehr so zweitengrades. Eigentlich völlig ungefährlich. Jesus Christus. Freu mich, Papa. Ich hab dich vermisst. Nein, hast du nicht. Warum bist du wirklich hier? Komm hier lang. Das ist mein Geburtstagsgeschehen für dich. Ich hab nie eine verschissene Fleischfabrik gewollt. Komm mal mit, da ist jemand, den möchte ich dir gern vorstellen. Mr. Martin Logan, der ehemalige Manager. Wir kennen uns bereits. Martin ist der Vater meiner Freundin. Ich bitte um Entschuldigung. Und wie sehe ich aus? So wie der Angeklagte. Würde es dich stören, wenn wir Frauen beschäftigen? Warum sollte das mich stören? Ich passe auf jeden Fall auf, dass sie gut verhüllt sind. Bauchtanzen. Hat weder was mit Heilfleisch zu tun, noch mit dem Islam. Ragdal, hast du die Absicht, den Rest deines Lebens so zu verbringen? Lass mich doch ich selbst sein. Was ist los mit dir in letzter Zeit? Hab schon gedacht, du hast dich irgendwie radikalisiert. Ich arbeite in einem Schlachthaustür. Ich denke, ich sollte Arabisch lernen. Wir sind keine Araber, Martin. Scheiße. Den Sprachkurs hab ich schon gekauft. Wir sehen uns halt auf, would gelbe aus. Ich bin meinures Australians so zu verbringen. Wir sehen uns gerade dem Benuthof nicht. Er hilft, dass er sich nach allem. Wir sehen unsこのような kleinen Mirues legat.